Habe Dere und Servus, grüß euch meine lieben Leute zum ultimativsten Battle aller Zeiten und zwar bin ich nicht allein am Screen. Mit mir ist mein guter Freund Austro-Gamer. Hallo Austro-Gamer. Grüß dich Leon. Und wir spielen heute Runden Speedrunners. Wir haben uns quasi gegenseitig herausgefordert oder man muss besser sagen, wie den goldenen Duell-Handschuh übergezogen. Und haben uns dann über die Fratze geharrt und haben gesagt, jetzt werden wir uns mal richtig battlen in einem Shitspiel. Und wir spielen natürlich nicht irgendwie, wir sind keine Pussys, sondern wir haben unsere eigenen Regeln aufgestellt. Wir haben sechs Standbeerl, die uns zur Verfügung stehen. Ich halte es mal da so in die Webcam. Ich weiß nicht, ob man es so richtig sieht, aber es ist da. Und ich weiß nicht, was hast du gekauft für einen Schnappes? Ich habe einen Stolli Schneier. Stolli, Stolli und ich habe einen Absolute Pairs Wodka gekauft und den werden wir manchieren. Und zwar an der Spielregeln folgendermaßen. Wir spielen rundenweise drei Punkte haben ein Sieg für alle, die sich nicht auskennen in den Speedrunners. Und derjenige, der hat abgelusten, muss ein Standbeerl saufen und bei dem, die sechs Standbeerl zuerst weg sind, der ist der ober Noob in the fucking world, Alter. Ja, wir spielen das aber, glaube ich, mit Bots. Und wenn einer von den Bots gewinnt und keiner von uns gewinnt, dann müssen wir beide drängen. Genau, solidarisch spielen wir mal. So oder so, ja. Ja, gut. Das wird ein Gemetzel. Hätte gesagt, wir starten mal in die erste Runde. Ja, ja. So, Custom Match. Stimmen gehen alles sein. Du musst mehr, oder? Ja, passt. Bin schon dabei. Okay, jetzt ein Chicken-Mann. Chicken-Mann muss auch der Bestand. So, Charakterauswahl. Ausdruck, Gamer, wer bist du? Ich bin wieder der Hothead. Hothead, er ist der Ticke-Mann, ich bin die fröhliche Katze. Denn die ist so fröhlich und die liegt mir einfach gut. Und den haben wir auch schon sehr oft trainiert. Ich muss auch dazu sagen, der Herr Mike hat mit dem schwulen Einhorn trainiert. Jetzt muss ich mich wieder umgehen, dass ich der Coole bin. So, erstmal machen wir nicht. Wir machen einfach random. Und ja. Let's go! Wie soll ich das machen? Schlag mit Bloskets. Wurrgauf. Oh mein Gott. Okay, Bloskets. Yeah! Das heißt, aufhaut. Das war schon immer gut. Ja! Oh, das ist auch schön. Juhu! Ja, danke. Sehr schön, ja. Ich leg schon mal... Ah, ich leg schon mal Scheiße vor. Uh! Eieieiei! So, Leute, ich muss auch ein bisschen nehmen und spielen. Es ist zwar ein bisschen unfair, weil ich wieder erklären muss. Ich bin wieder mit deinem Ligger da. Aber es gibt verschiedene I-Times. Das Ganze ist so ein bisschen Mario Kart orientiert. Ähm. Nooo! Super! Geiler Scheiß, oder? Eieiei? Ja, Leute, der Kassel-Punk bin immer super geil. Und ja. Applaus, Applaus. Aber das können wir nur alles umgereißen. Das sehe ich mich nicht mehr. Oh! Na! Ich hab mich nicht mehr gesehen! Oh, und da ist er schon weg, der Mr. Mike Krusow. Scheiße. Ja, das sind unsere NPCs da, oder so? Ja. Das ist eigentlich sogar traurig, weil es denn die NPCs sind immer mehr besser als wir. Die haben einfach mehr Glücks wie wir. Ja. Das sieht jetzt aus. Oh, mein Gott. Oh, der Chicken-Mann ist weg. Jawohl! Jawohl! Oh, fuck! Das ist eigentlich, glaube ich, was ist das für eine Strecke? Das ist, glaube ich, sogar die Stadtstrecken, wenn ich mich gleich. Ich glaube schon, ja. Nein, doch nicht. Das ist der Disco-Club. Könnte, glaube ich, die erste Strecke, oder was wir gesagt haben, oder? Ja, das kann sein. Ich hoffe nur, dass die Austrierstrecken nicht kommt. Da gibt es eigentlich so eine Österreich-Strecken, Leute. Und da waren überall Berge. Das schaut aus wie daheim. Nur, dass das die absolut schissende Strecke ist auf der ganzen Welt. Und wir müssen natürlich mehr auf Spiel konzentrieren, weil sonst steige ich da noch mit einem Vollketzen an. Na! 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 Ja! Ja! Scheiße! Na! Und diese Runde geht an K-Salz, als es ausschaut. Ich muss drüber laufen. Ah! Passt aber. So, dann legen wir mal ein paar Küsten, oder? Je-je-je! Woher, jetzt hast du ihn? Ja! Jawoll! Ich bin da voll am Paunen, Leute! Pa-pa-pa-pa-paunen! Okay, komm! Ja! Ja! Genau! F*** dich! Das hat ihm gar nichts gebraucht. Ja! 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 Jaaa! Nein, jetzt startet er noch in die falsche Richtung. Gott, verdammt! Dann haben wir noch gar nichts getrunken. Ja, super, jetzt werden wir die anderen zuschauen. Lass dir Zeit, ich möchte gerne einen Schluck bei einem Bier bringen. Okay. So, ich kann auch, also, ich weiß nicht, wenn ihr das seht, meine Leute. Das Video erscheint auf beide Kanäle übrigens. Schaut sie also vorbei. Aber Mike, so wie er es bei mir. Und... Es ist ein bisschen sinnlos, was ich jetzt gerade gesagt habe, aber jetzt wurscht. Ähm... Hattest du auf meinem Kanal vorbei, Schatz? Genau. Da haben wir uns auch das Video angeschaut, das war super nett. Jaaa! Shit, my friends, Alter! Okay, jetzt lassen wir gleich Zeit. Da ist der erste Runde verloren und wir sind wieder ein Stamperl weg. Und wir haben nur noch fünf. Cheers! Ich stoße einfach mal so mit dir an, aber... Äh... Rügt gut... Birnig. 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 Die Birnen aus Russland! Boah! 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 Super! Die nächste Hunde muss ich gehen alleine. Boah! 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 Wir sind jetzt wieder da und du kriegst die ganze Kräger im Kuss auf einen Vodka, ey. Ja! Lass mich glimmer, dann kannst du auch mehr mitgehen. Okay! Fast! Geht's weiter! Sehr geil, ciao! Oh mein Gott, das ist nicht verstricken. Äh, die, die stricken ist... Ich weiß nicht mehr. Also, ja, oh Gott, ich kenn's schon, ich kenn's schon. Heute nicht, Tiki-Mann! Heute nicht! Heute nicht! Na, meinten! Na! Fucker! Na! Wie ist denn ihr Bitches? Nein! Ah, eine hab ich, eine hab ich kassiert. Scheiße, ey. Oh mein Gott, da haben die sich direkt gestochen. Komm schon! Ja, komm, eyla! Lass dich den Letzter! Bei Mario Kart kriegt man als Letzter immer die guten Intems. Da ist das wohl unfair. Ach, jetzt ist die Kisten. Was macht das für einen Sinn überhaupt? Ich krieg die Kisten, ey, weißt? Wenn, soll ich sie nie hauen, wenn ich Letzter bin? Ja, nie hat's nie gekauft! Ja, jetzt rennen wir den! Was ist denn der Scheiß? Äh, sorry Leute, wir waren ein bisschen am Raging gehen manchmal. Weil... Na! Wuhuuu! Wuhuuu! Wuhu! 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 Willst du schon! Wuhu! 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 Wart's nur bis dann in der Finalrunden wird, also das ist nicht erst peinlich oder cool. Ich hab mir ja auch schon gedacht, eigentlich ist ja der Gewinner irgendwo auch der Verlierer. Weil der hat am wenigsten Hunger. Stimmt ja. Oh fuck! Nein! Nein! Oh shit! Das ist so eine Trickstille. Ja voll. Nein! 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 Fuck! Jau, jetzt haut's mir doch alles rüber Nein, ich mag nicht sterben! F*** aus! F***! S***! Scheiße! Du stehst? Oh! Okay! Wow, Alter! Was ist das für eine Hunde da? Leute, unterstützt mich heute ein wenig! Geht schon! Komm so! Komm so! Komm so! Kannst du nur bei euch doch mal gegen, oder? Dass du da so festgestanden bist! Jetzt in der Stil pausieren ohne Leid das Video und freie meinen ins Kommentar! Los, Chicken Man! Los, Kentucky Fried Man! Alter, was macht der? Was macht der? Was ist das für ein MPC? Was ist das jetzt los? Du hast Gunnar! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich krieg schon so ein Gustav mit Wodka! Das ist doch ziemlich peinlich für mich doch! Oh ja! Okay! So wie es ausschaut habe ich nur noch! Freilie! Und Prost! Prost! Hier haben wir ja Zigaretten! Ich bin ja genial! Überhaupt kaputt trinken lernen! Das war richtig! Wow! Ja, Hono! Den haut es so richtig auf! Das ist so ein richtig derber Wodka einfach nur! Das war ein grauslichste! Ich möchte noch kurz dazu sagen, wir nehmen das übrigens am Wochenende auf! Nicht, dass da irgendwelche Leute dann denken so, hä, das sind voll die Alkoholikas! Die nehmen das sicher unter der Woche auf! Am Mittwoch oder so! Nein, Mittwoch war noch gerechtfertigt! Mittwoch ist Wochenendeiner! Wochenteiner! Sagen wir einfach Dienstag! Das sind so die Alkoholiker! Dislike und die Abo! Ja super geil! Mehr Alkoholiker! Oh fuck! Nimm das Geld schon los! Das ist ein wenig bisschen offen, ne? Ja voll! Du wolltest mir gar nichts drüber rast! Das stimmt! Ja, ich hab noch den Alkohol frönen müssen! Ja, er widersagt, er sucht! Nur weil ich so schlecht bin! Sagt der Erste, ja? Ja shit, oder? Fuck damnit! Jetzt wird es aber Zeit nochmal für mich hier unten da zum cleanen! Los, Kaser! Gib ihm die Boots! Gib ihm die Boots! Iew! 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 Motherfucking shit Bro! Alter, ich spiel da Zeit, oder? Jetzt bin ich... Alter, ich bin grad so gut gewesen! Ich hab da einen Arme erster und dann kommt dieser dreckige Russ daher! Dieser dreckige Russ! Fuck! Aber jetzt... Jawoll! JAAAAT! JAAAAT! Wie geht's? Was ist denn jetzt los? Ja, genau! Was ist denn das? Nein! Jetzt werde ich so verzeiht! Ich bin gar nicht getroffen! Nein, ich versache das! Nein! Das gibt's einmal nicht! Das gibt's nicht! Wie ist das möglich? Oh, einmal in meinem Leben kann ich fucking scoren und gegen einen NPC für Scheiße. Gegen einen NPC! Oh, los geht's wieder. Oh, keine Chancen da! Ich hab auch noch keinen Punkt gebracht! Joachim, du hast ja zwei Runden! Wohle! Ich mach grad Respektanz-Moves! Ich bin... So! Wohle! Scheiße! Fehl, 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 fehl! Er verpennt alles! Der verpennt alles! Die Orkentauung! Schau wieder in die Webcam! Schau wieder in die Webcam! Schau in die Webcam, weil ich unterhalten will, weißt du? Ich kann die Webcam schauen und spülen! Das ist nicht nur ein Blutbär! Ich brauch einen zweiten Bildschirm! Das ist undbär! Ja! Ich mach keine alte Mom! Das ist ein schiffener Homo! Wirklich! Echt! So! Jetzt aber... Oh fuck! Scheiße! Komm schon! NAH! 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 Yeah! Jetzt aber, komm! Dammit! Jetzt ist mein Zeit! Das ist mein Zeit! Bitches! Geht schon! Kaser! Kaser! Oh! Oh! Ninja-Kett! Das war der Move! Das war der Move! Ja, das ist mit dir, ne? Du glaubst, du kannst dich irgendwie behaupten, du Prediger, ne? Glaubst du das, ne? Pass auf! Es kommt doch bald wieder wie ich spiel mit dem... Mannzug und... Das passt schon! Das passt schon! Ich hab immerhin nur einen Hook! Ich hab nur einen Hook! Und die werden punchen! NAH! Komm her, du Scheiß-Russ! Komm her! Komm her! Oh! Jetzt gib Gas! Komm schon! Ja! 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 Warte mal, ich esse von mir, dann bin ich offiziell der schlechteste Mensch an der Welt! Was ist jetzt los? Ich käm mich nicht mehr aus! Ha! Ja! Ja! Das ist ein NPC! Das ist ein NPC! Wer weiß wie das spüren! Oh! Mann! Ah! 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 Ich kenne gar nicht mehr von der Lachen! Ah! Ich mag nicht sterben! Lauf! Bullshit! Ah! Oh! Oh Gott! Super, nicht mehr... nicht mehr... nicht mehr... nicht mehr... ...siegt an einem Piercing. Hast du jetzt? Das ist wohl der jüngste. Na ja, siehst du, das ist was... da kannst du... Fight, Bitch! Ja, danke! Da kannst du auf der Wand die Alkoholte werden. Leihleuteln! Leuteln! 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 Wir müssen die... die Klubten leuteln! Bomb, Bitch! Ja, genau! Was ist jetzt? Komm schon! Bitte! Boxes! Jawoll! Jawoll! Du hättest einfach so ein Stimmkrieg oder so... Na! Na, 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 na! Jawoll! Was ist jetzt los? Hallo? Was? Ich hab kein... Scheiße! Ja, genau! Was? Das kannst du auch nicht schaffen! Das geht so nicht! Ich bin Tartan! Ich bin Tartan! Scheiße! Das fängt euch! Nein! Scheiße! Alter! Weißt du, ich hab ja nur ein Handicap. Ich hab ja meine Schweinemützen auf, ja? Das muss man dazu sagen. Und unter der Mützen hat es ungefähr 10.000 Grad. Ich meine, es regnet draußen. Bei uns ist gerade der Weltuntergang. Kann man so sagen. Aber egal. Kühles Bier? Dann ist das schon okay. Ja! Scheiße mit dem Bällchen da nach mir! Ja! 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 Jetzt gib mir gar! Jetzt gib mir gar, soja! Jetzt werden... Jetzt werden die Noobs gepaunt! Gepaunt! Du hast meine Kisten, passt auf, gell! Ja, danke! Ja! Ja! Ich wollte euch nur drauf aufmerksam machen. Genau! Ja, genau! Genau! Nein! Ja! Fickspiel! Uh! Uh! Oh, die, Alter! Sonst... Ah! Das gibt's ja nicht! Alter! Was ist mit den zwei Mongos los? Hönchenmann! Ich hast diese NPCs! Ich werd... Ja, genau! Super Spawnpunkt, oder? Super! So! Jetzt kommt der Boost und ihr seid so... Oarsch! Nein, sind wir nicht! Oh, das war ein Battle! Oh, Leute! Jetzt wird's aber... Jetzt wird's imposant! Jetzt wird's... Uh! Wir haben den Hook! Bitch! Ah, fick dich! Ha, ha, ha! Ja, du! Was sollst du jetzt rücken? Was sollst du jetzt rücken? Okay, weißt du was? Auf Solidarität trinke ich jetzt nochmal... Ja, klar! Das ist aber sehr nett von dir! Okay, vorher! Ich bin... Ich bin ein netter Mensch! Oh, ich hab ganz... Okay, ich hab noch... Ich hab noch... Ich hab noch... Ich hab noch zwei Leben... Nein, ich hab noch drei Leben, oder? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Warte mal... Sechs waren's eigentlich, oder? Schatzlein, wir kennen sie schon wieder wachen, oder? Ich hab so... Also behindert sein... Ja... Prost! 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 Puh! Shit! Boah! Scheiße! Das ist so grauselig und warm dann zum Schluss im Magen her... Der Horstle war ordentlich heim, oder? Ich weiß noch... Ich weiß, warum die Russen das trinken, weißt? Ja... Das sind halt blöd, oder so? So, jetzt, oder? Ey, jetzt... Jetzt konnte ich wenigstens mal auch unten gewinnen, oder? So... Scheiße, Scheiße, Alter! Ich bin ja schon vorher im Abflugen da... Eine Community wird mich verflogen, oder? Ich kann sagen, Alter... Ich kann sagen, Alter... Das ist ja ein Spasti! Das Einzige, was du jemals in deinem Leben geschafft hast, war die Lehrabschlussprüfung... Und wenn man das mit einer Auszeichnung... Da war's wahrscheinlich auch zu, oder so? Ja, sowieso, Alter! Bei der Prüfung! Na, Alter! Wehe! Ich schwör's euch! Booster, oder? Na, ich bin die ganze Zeit auf der Booster-Saten drauf, weil wenn ich einen Booster krieg, dann muss ich nur fuhren da sitzen, oder? Woher, was ich? Aber das Ding wird schon wieder so klein, ich kann mich überhaupt nicht mehr aus. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der ist der Aufgrund! Was ist das? Boah! Na! Na! Nein! Du bist schon wieder weg, oder? Ja! Ja! Oh mein Gott! Ich hab die Scheissschlucht da, ey! Das ist so eine Scheissbolten, ey! Das ist so eine Scheissbolten, ey! Ja! 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 Oh mein fucking Gott! Jetzt geht doch schon los! Na! Ich hätte mal genießen können! Ich hätte mal genießen können! Aber ist egal! Ja, ich bin schon wieder tot! Ich werde auch gar nicht fahren, ey! Du bist schwierig! Ja, komm! Ich bin geslidet wie ein Ninja, Alter! Wieso funktioniert das nicht? Ninja Seil! Wow! Oua! Schreit! Oh! 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 Jetzt kommt gleich wieder jemand wo der Abkommt! Da ist! Na! Hast du noch geschaut? Alter! Bist du schlecht? Wie? Kann man aber auch nicht sein oder? Das ist unmöglich. Du merkts. Ja komm, aber das war jetzt eine schöne Passage. Stirb! YOLA! Ja weißt du was, wir nie waren. Was? 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 Boah, bin ich zu weit gefunden. Was? Na ja, ich habe noch einen Hook auch noch. Ah scheiße. Ja! Komm her da. Geh wieder zurück in die McDonalds-Backerl. Fuck, 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 fuck! Wer ist denn da weg? Astro Gamer, Astro Gamer. Ist weg. Ja, ja. Es ist Sushi. Es ist, oh mein Gott, das geht schon wieder weg. Ich habe nur keine 10 Punkte, ne? NOO! NOO! Scheiße! Der Bierzahler! Wow! Hahahaha! Und den es umgenockt hat. Pustet, Chicken! Komm schon, Mr. Whiskas, gib alles, Alter! Ja komm, die roten Kisten, die roten Fisten! Ah, Kisten. Die Kisten, die Kisten, die Kisten, die Kisten. Na! Komm schon, Ninja Style! Ninja Style! Da kommen wir oben auch drüber. Oh! Oh! Ja! Schön, schön, ja. Das schaut gut aus. Vielleicht kannst du sogar mal einen Wodka trinken jetzt. Das ist auch ehrlich, aber zum Fall. Also nicht nur solidarisch, aber... Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Zuschauer! Und heute, wennien Sie irgendwo der Bände im scat,